Herzlich Willkommen zum Zimmer-Duell und der neuesten Folge mit Finn Bartels und Philipp Bargfrede. Wer von euch braucht länger im Bad? Keine Übereinstimmung. Ich mach gar nichts im Badelzimmer. Wer von euch ist der größere Morgenmuffel? 100 Prozent, da liegen wir gleich. Das ist der erste Punkt für euch. Wer von euch beiden redet mehr? Falsche Antwort. Was? Ich sag doch. Bargi. Können wir eigentlich was gewinnen hier? Ja, ich weiß auch nicht. Da braucht ihr aber mehr Punkte für. Konzentrier dich, Bargi. Wer von euch beiden hat mehr Facebook-Freunde? Ja. Bargi. Falsche Antwort. Ich bin ja gar nicht bei Facebook. Ich auch nicht. Ich wollte erst Mitte machen, aber er hätte auch nichts gebracht. Okay, dann lassen wir die Frage weg und nehmen stattdessen eine andere. Wer von euch beiden hat mehr Twitter-Follower? Alles klar. Ja, das ist ein Punkt. Ja. Wie viele habt ihr beide so? Zero. Wer von euch beiden erzählt die besseren Witze? Ja, oder Fini? Auf jeden Fall. Ich kann mir die nicht mehr. Ich kenn nicht einmal einen Witz. Ey, ich kenn ja nicht mal einen Witz. Was ist mit dir? Du erzählst doch Geschichten besser. Wer von euch beiden hat mehr zu lachen? Kein Punkt für euch. Ach Mann ey. Warum hast du mehr zu lachen? Ja, mit dir ist es immer lustig. Ja, aber ich dachte im Leben. Ach so, ja. Deswegen dachte ich, haben wir beide zu lachen. Wer von euch beiden kann besser Windeln wechseln? Fini, überleg nochmal, ne? Da ist ein Punkt. Er hat ja auch mehr Erfahrung. Ja, das stimmt. Wer von euch zwei jammert mehr im Trainingslager? Ja, 100 Prozent. Punkt für euch. Jawohl. Ein bisschen, manchmal. Wer von euch zwei kann besser Norddeutsch sprechen? Aber, das weiß er, er darf nicht sagen, ne? Schnackst du platt an dich? Hat er? Ey, du schnackst doch den ganzen Tag in letzter Zeit nur noch Norddeutsch. Ja, aber das ist doch... Im Bus, ey, den ganzen Tag nur noch. Aber das ist doch kein Norddeutsch, das ist einfach nur Mist. Das ist richtig Norddeutsch, das ist richtig Norddeutsch. Meinst du, normales Norddeutsch? Schade, leider kein Punkt für euch. Wer von euch zwei ist der Boss? Ja. Ja, okay, ne Entscheidung? Ja, 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 komm. Ja, okay, letzter Punkt geht an euch. Ja, genau. Stark. Ja, vielen Dank. Fertig? Fertig? Ja, war super. Wie viele Punkte haben wir geholt? Schlag doch mal ganz kurz ein bisschen Norddeutsch. Ja. Nein. Nein, das... Für so eine kleine Kostung. Ein bisschen snark. Ne, ich brauche eigentlich Max viel. Ja, die schaukeln sich gegenseitig hoch. Ne, alleine kann ich das nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum du da noch nicht richtig mitgemacht hast, aber... Hä, ich versuche manchmal, weil... Ja. 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 Ja.